Joch! Digger! Läuft bei dir! To War! Was geht Leute? Andrew Fox ist wieder da. Es ist Random Monday. Die Aufnahme für Montag. Heute spielen wir mal was ganz Verrücktes. Wie ihr anhand der Grafik seht, mal etwas anderes. Aber trotzdem sieht es sehr gut aus, wenn wir uns das Menü anschauen. Und zwar geht es um das Spiel Dungeon Broomaster. Ein Fantasy-Kochspiel, schätze ich mal. Auf Humor ausgelegt, hoffe ich doch mal. Und dann starten wir einfach mal durch. Schauen wir uns mal kurz das Menü an. Wir haben hier eine... Das ist ein Tracking-Alter, ey. Wir haben hier eine Herdplatte. Das müssen wir schnell machen, da ich nicht weiß, wie das mit einem Chest-Tracking... Wir können hier die Musik ändern, habe ich gerade vorhin gesehen. Mal gucken, was wir hier für Musik haben. Kurz einen kleinen Check. Ja, funktioniert alles. Die Musik hat zwar jetzt gerade geskippt, aber ich muss gerade was gucken. Was Lied 3 hat... Nö, Lied 2 hat mir eigentlich am besten gefallen. Was haben wir hier noch? Ein Bobbelfrosch. Hm. Da können wir den Scheiß spülen. Okay. Ja, gut. Wollen wir mal einfach mal die Tür öffnen. Äh, das Buch öffnen, meine ich. Nicht Tür. Oder wie startet man sonst das Spiel? Hm, so ganz blick ich es noch nicht. Muss dann nicht eigentlich irgendwas kommen. Hm. Okay, der Start fängt ja schon mal gut an. Wie ist das Tracking-Altar? Ja, so ganz verstehe ich das jetzt nicht. Wir starten einfach mal von neu. Aha. Diesmal hat's funktioniert. Okay, das ist wohl ein leichter Bug. Okay. Aber hin funktioniert jetzt. Wollte ich mal sagen... Story. Act 1. Bloody Troublemaker. Oh. 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 Loll. Oi. Du bist hier. Oi. Hi. Wow, das ist eine sehr schöne Überraschung. Der ganze Tavern hat sich schon seit Monaten geholfen. Das sieht echt gut aus. Moment, Lied wechseln. Ja. Sehr, äh... Cozy. Excellent Location. Danke. Jetzt dann. Ja, lass mich mal sehen, was zu haben. Hm. Ich weiß. Ich kann von einem von ihren Frogi-Legern. Oh ja, du kannst unseren kleinen Chilli-Legern benutzen. Wohin damit? Ach so. Okay, also, dann geht's jetzt los. Wir nehmen diesen und schneiden ihn jetzt... ...die Schenkel ab. Doch. Ha. So. Wahrscheinlich reicht einer. Da kommt der Nei. Mhm. Irgendwie... ...was für dich. Bitte schön. Äh, wir brauchen... ...das Horn. Und dann müssen wir raspeln. Und das müssen wir... ...wahrscheinlich... ...das da. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, das ist da runterfallen, könntest du, ach. Ähm, okay. Wie resetten wir jetzt? Ich glaube, so ging resetten. Hm. Ein bisschen kompliziert. Kannst du mir vielleicht, nein, scheiße. Jetzt dann, willst du das Gretchen-Wotsit da drüben? Schau dir ein bisschen das gewaltige Horn. Schau dir einfach in die Potsies. In die Potsies. Würde ich gerne, wenn ich doch jetzt wieder das Horn hätte. Müsste doch irgendwie resetten können. Kann doch gar nicht sein. Also ich taste mich jetzt mal so weit vor, wie ich kann. Scheiße. Geht's doch nicht. Boah, dieses fucking Trekking, ey. Scheiße. Scheiße, muss ich das Trekking erstmal richtig einstellen. Ah. Ja, jetzt geht's. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Alter. Also nochmal. Es ist irgendwie komisch, dass man nicht resetten kann. Und dann nochmal. E-Zwei. Oi. Oi. Ähm. 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 So, und jetzt nicht abhauen. Ich glaube das müsste reichen und jetzt sanft wieder hinlegen, ganz ruhig, so, nicht weggehen, Junge, so oder, okay, jetzt nehmen wir das, dann kommt es da rein, oh nein, bitte schön, beruhig dich, oh nein, jetzt packt er auch noch, okay, das heißt wir müssen jetzt erstmal den Kopf, den Kopf brauchen wir, wo haben wir den jetzt nochmal bekommen, egal, das muss rein, wir brauchen ein Goblin, ein Ogall-C und was von dem, ach so. Komm schon. Kann mir jemand sagen, wie ich das jetzt aufbekomme? Oh, ich bin doch eigentlich gar nicht so grobmotorisch, aber irgendwie, ja, volle Pulle wahrscheinlich, aber ich brauche doch noch davon was, nein, das ist nicht eins, nein! Ach, Mann! Yes! So, ich glaube das reicht. So leicht verbackt ist das schon irgendwie richtig komisch. Gut. Das Tracking geht mir echt auf, übelst auf den Käsack. Oh, fuck! Oh nein! Nein! Komplett falsch gemacht. Komm! So. Das. 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 Warum ist das so kompliziert? Vielleicht das erstmal... Das kann doch nicht deren Ernst sein. Komm schon. Mit seinen riesen Wurstfingern, wie soll das auch funktionieren? Jetzt. Gut. Aus. So, bitteschön. Ist gut? Ach du Scheiße. Ganz ruhig. Okay. 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 Oh Mann. Hallo. Hallo. Okay. Bitteschön. Wählen du den Schwanz? Okay. Und sie will einen Frosch. Bitteschön. Bitteschön. Wer möchtest? Bitteschön. 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 Läuft ja ganz gut. Und sie? Der Herr? Okay. 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 Das da brauchen wir. Wir brauchen... Ähm... Dunkel Schnabel. Da. Da. Bitteschön. Boah. An sich gefällt mir das Spiel. Ich denke mal das wird auch recht komplex das Ganze. Wenn halt das Tracking nicht so abgehackt wäre ab und zu. Oh eine Mega Raspel. Aber wir haben doch viel zu wenig Geld dafür. Was sind denn hier? Ich habe doch zu wenig Geld. Sie können gehen. Ich habe kein Geld für so was. Ich kann nicht ihm sagen, dass er gehen soll. Die gehen schon alle wieder. Ach, da geht von alleine. Tschüss. Was geht jetzt? Schäden? Gehen Sie diesen Weg? Echt? Wie sehr ungewöhnlich für eine Seasar-Harbertown. Oh, slow news day is it, you silly little twerp. Ich verstehe. Royal Convoy, Princes' Escort. The Princess. Hm. Muss ich schick machen. Mhm. Wiesnkröte. Wiesnkröte. Hacken. In den Topf. Und dann was von dem Kröten-Elixier. Und dann muss in die Pfanne ein Winz, ein Witwutz, eine Schlammwurzel und was vom Kobold-Elixier. Reicht. Und auf volle Energie. So, das kommt in den Ofen. Und dann wieder was vom Pechvogel. Na komm schon. Tracking aus der Hölle. So. Und rein. Boah, noch mehr. Okay. Ähm. Winzwurm. Ähm. Winzwurm. Elfenherz. Und Feenseft. Komm schon. Hängt der Scheiß schon wieder an, ey. Oh. 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 So. 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 rein. Fertig ist das Gesäff. So, bitteschön, der Herr. Ich hoffe, ihn wounded. Es war die Hälfte rausgeflogen, aber... Wtf? Tja? Äh, nope. Okay. Okay, 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 okay. Ähm, wir brauchen zwei davon. Die kommen hier drauf. Boom. Zack. Bamm. Kommt hier rein. Dann müssen wir... brauchen wir Gold. Tracking, hallo. Keine Zeit. Oh Mann, ich hab hier keinen Platz. Richtig viel. Wir sparen an nichts. Der Kunde bekommt alles. Okay, äh... Windswurm... Kopf... Hafer. Komm her. Windswurmkopf. Elfenherz. Und... Koboldsaft. Nein, kein Vampirgebiss. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. So, volle Power. Komm, komm, komm. Der Kunde wartet. So, bitteschön, der Herr. Einmal... Einmal Wutausbruch. Ein freundlicher Kunde ist ein guter Kunde. Äh, sie haben ihre Waffe vergessen übrigens. Na toll. Hallo. Was ist das? Okay, wir brauchen einmal... Einmal neuen Frosch. Und Windswurztraupe. Koboldsaft. So. Bitteschön. 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 Einen Riesen oder einen kleinen? Ne, einen kleinen. Bitteschön. Und... Dann können wir noch das da... Ein schwarzer Wurm, okay. Muss man einmal enchanten, da brauchen wir einen Winswunswurm. Und Federmausgebiss, äh, Vampirgebiss. Bumm. Äh, bitteschön. Und einmal enchanten wieder Drachenblume und Dämonenhorn. Gibt einen Dämonen-Drachenblume, bitteschön, der Herr. Ah, wieder der Händler. Jetzt haben wir Geld. Diesmal kaufen wir, ähm, ich gebe mir die Raspel. Ja, bitte. Oh nein. Oh nein, die Prinzessin. Oh nein. Oh nein. Ja, ja, ja. Asterzian. Die Flaming Brew of Asterzian. Okay, wir brauchen einmal Dämonenhorn. Dachenblume. Kommt in den Topf. Dann, ähm, brauchen wir, was ist das? Äh, Zentaurenhorn. Kommt in den Topf, äh, Zentaurenhorn. So. Dann davon war es. Komplett wahrscheinlich. Wieder enchanten. Böse Kröte. Mit Katzensaft. So, bitteschön. Auf Asterbia. Jo. Digga. Läuft weit hier. To war. Well, it's been an absolute pleasure, Barky. With all we are, I really hope you don't mysteriously disappear like the last bloke did. Or, you know, get slaughtered by the war and right this way. Actually, by the looks of things, they're right down the street. Äh, cheers. Ah, guter Tag. Oh, gut Geld gemacht. Quaid mir. Doch an sich. Ganz interessant. Mal gucken, wie das zweite Kapitel wird. Let's do it. What do you do? What did you do? Dave, I'm not, I'm not in the way. Dave, it's a small human door. Oh, I'm not in the way. Nope, been there, I'll have to do. Hurry it up, will ya? He'll be here for any second. I'm trying to go as fast as I can. Oh, that really stings. Oh, 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 oh. Do not serve. Why? Oh, der König. Oh, eh. See, Boss? See? It's right here. Just like you asked. Yeah, Boss. Just like you asked. So you're the traitorous Kran, and I served Kimberley, the Brewer of Blood, not one magic brew, but two. Yes, sir. Despite the conspicuous large banner that hangs right beside you, what do you have to say for yourself? Well? Yes. Wait a minute. You can't be. Are you a blind brewmaster? Well, I never. How do you even? You morons! I ordered you to inform all landlords not to serve that monarchical buffalo. What good is a bloody placard to a blind bartender? Do you not see this elaborate, hideous contraption straps upon their face? Surely shielding us from some hideous, maggot-ridden affliction. Disgusting, moody air wound, I'm sure. Must be quite ghastly under there. Maybe I'll charge you two idiots with high treason instead. Two heads are better than one. Well, in light of these bizarre extenuating circumstances, I hereby pardon you from your wrongdoings. But beware, servant. You repeat this act, and I shall take your head. Brotest, mask, and all. You two morons stay here. Make sure you have enough goldlins outfitted for the resistance. Auch ihre Hose rutscht. Okay, you lot. You heard him. Get in line. Yeah, get in line, you lot. Chop, chop. We had our best dip here. Okay. Dämonhorn. Feen-saft. Das gibt ein Feenhorn. Mit einer bösen Kröte. Gibt eine Feenkröte. Oh, fast. Fuck. Bleib jetzt da drauf. Komm schon. Mit Gold. Gibt eine goldene Feenkröte. Bitteschön. Die wollen alles in Gold. Okay. Elfenherz. Nein, Elfenherz. Kobold-Saft. Und Gold. Bitteschön. Nein. Bitteschön. Die wollen alles in Gold. Das sind irgendwie wichtige Menschen, glaube ich. Kobolde. Goblins. Wie auch immer. Okay. Den Ofen an. Wir brauchen einmal... Das da. Böse Kröte. Und Goblins-Saft. Und das mit Gold. Und das mit Gold. Bitteschön. Bitteschön. Wahrscheinlich brauche ich böse Kröte. 5 Machen- und Hälfte. Vor allem... Bitteschön. 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 und normale Kröte. Es gibt eine dreiäugige böse Kröte, mehrere mehräugige oh fuck, sorry, sorry. Und Gold. So, bitteschön. Todessaft mit grauer Krähe. Böse graue Krähe mit Elfenherz. Böse Elfenkrähe mit Gold. Es gibt eine goldene böse Elfenkrähe. Bitteschön, mein Herr. Mann. Piep, piep, piep. Kimberly, the Bringer of Blood has single-handedly destroyed all approaching ships. Well, finally, some good news. This day is looking up, Kevin. The destroyed fleet was a diplomatic envoy. That's bad, right, Dean? Their entire armada of warships has been ordered to Harberdue's township. Hold on. That's where we are. Goblins. Kevin, we need more Goblins. Where do they all go? Basil, have her head, Dave. Kevin, stop your whining, will you? I need to think. Barking. Give me something, to steady my nerves. It's not a funny business. What? Du bist bestimmt so ein grüner Typ. Okay. Dämonenhorn. Elfensaft. Mit Elfenherz. Einmal das und das muss rein. Kobaltsaft. Trampflanze. Okay. Das. Und das. Bitteschön. Bitteschön, der Herr. Of course. You're feeling all right, Dave, buddy? You don't look too. Oh, no. Oh, nein. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, was brauchen wir? Ein Dämon-Kopf? Ich will diesen Dämon-Kopf. Hallo! Ist das sie? Nein, sie hat kein Septum. Wörter? Hände? Flushy blablablabla? Okay. Okay. Okay, dann bauen wir mal meine Spezialität. Yes, a little firecracker. Das da und das da. Kochen kann ich. Okay, okay, okay. Das da. Elfenherz und Kobold-Saft. Kacke. Komm her. Okay, passt. Puh. Elfenherz. Drangpflanze. Oh, wie süß. William. So, bitte schön, die Dame. Einmal firecracker. Oh, ja. Oh, ja. Wir sind alle gearing up for the upcoming war. So, I better get to it. But I'll be back for you soon. Bye, bye. So, get ready. I'm sorry. Good. No, 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 no. Ah, die nächsten. Oui. silber was ist das und kobbertsaft bitteschön irgendwas im spieß Finger, Elfenherz, Koboldsaft bitteschön ganz ruhig, Leute Elfenherz fast das falsche Elfenherz und Ziegenhorn bitteschön und einmal Gold für den Herrn ja, das ist schön oi 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 ich muss sagen, dass ich das nicht erwartet habe hast du den Hort in meinem Himmel gesehen? ich dachte, du wärst sicher ein Goner ich denke, die Ruhm ist das Kimberle wirklich hat sie alle nicht zu viel das ist das ist eine blöde die 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 das die die Okay, ein letztes Mal. Äh, Koboldsaft. Schlammwurzel. Eigentlich macht man das doch so. Äh, das geht besser. Falsch angewendet hier. Wie so ein Amateur. Noch kein Amateur. Okay. Das Frosch, Bröder Frosch. Und das verfluchte Elfensaft. So. Drachenblume, Katzensaft. Da könnte Katzenblumen dran sein. Dann einmal Silber. Oh, gut. Dann warten wir mal. Bitteschön. Fancy Drink. Oh, much obliged, my good mate. Do you all very good health. Hey. That is the stuff. Oh, here we go. Oh, oh. Hello. Beautiful day for total annihilation, ain't it? Oh, how pleasant. Ha, ha, ha. Where is this bufala? I wasn't. Where is this bufala? I will not ask again. Oh, come on, love. Give the fellow a break. He's new around here. We say I buy you a little tipple. Well, can I say I didn't try? He's all yours, mate. You have fun with that. I'm waiting for you. Where the bloody hell are my soldiers? Well, well, well. You just can't help yourself but threatenize with the wrong sword, can you? What did you say? We don't need you bufala around here. Who is causing trouble? What's with your obsession with waiting war with every single visitor that passes through this We need diplomacy. We need peace. Aren't you a little large for something so delicate? Pathetic! You lazy pacifists can be the servants of whatever army passes through this measly little town. I really do not care. But bufalas serve no one. We are having this war and there is nothing you can do about it. My troops are converging right now. All that's left is for me to give the final order. And there's nothing you or any other slimy little froger can do to stop it. Well, we shall see about that. I have my very best. Well, the second best diplomat heading to greet the approaching fleet as we speak. We still have a chance to avoid this whole bloody mess. So long as you maniacs stay out of the way. You, brew me a goddess voice right now. I'm giving that order. Don't you bloody dare. Make her anything but that. That is an order. Okay, what do we do? This is it, ladies and gentlemen. The main event of the evening. This is what you paid to see. Okay, okay. The showdown of the century. I'm more afraid of you. This is the most anticipated match in the history of professional brewmastery. Are you ready? I can't hear you, brewmaster fans. Are you ready? Yeah. Who will be victorious? Will the frogers diplomatically lead us to peace? Or will the buplas thrust us deeper into endless warfare? For the handful in attendance and at least the three people around the world listening to this very radio broadcast, we are moments from the verdict that will shake the globe from its very axis. Without further ado, live from the Harvard Dews Dungeon Tavern, this is the Gene Brewmaster! So, two times. And then, oh man, Elfensaft, ey. Komm schon, yes. Elfensaft, Elfenherz. Wo ist's? Ah, da ist's. You're ready to go. Happy mom. Peter schön I personally can't wait to see how you get out of this one But, if you don't, on the bright side, it's good you obviously have a thing for hanging out in dirty old dungeons I always try and look on the bright side of things Anyhow, I'll see you later, mate Cheers! What's going on here? But, at least, we made my customers happy I hope you're also happy Oh, there are all these things Let's see if we can continue to play I hope you're also happy I hope you liked this one I didn't talk a lot, I wanted a bit more to watch I had to focus on cooking But I hope you've also had fun In this sense, I'm sorry I'll see you next time Euer Ender Fox Ciao